Liebe Weinfreundinnen und Weifreunde, liebe Genussmenschen, die Reben von unseren eigenen Weinen gedeihen am Wasserlauf der Rohne in den Kantonen Wallis und Watt. Darüber aus verkaufen wir ein breites Angebot von Weinen aus den Alpenländern, ausschliesslich von befreundeten Winzern. Geniessen auch Sie das breite Angebot und erleben Sie Alpenwein bei Weinhardt in Zürich-Hönk. Darum lasse ich Sie ganz persönlich ein, nehmen Sie an einem Themenabend oder einer Verkostung teil. Darauf kann auch ein Anlass oder ein Seminar oder sogar eine Reise folgen, welche wir auch mit Wiederkehr und Stammkunden durchführen. Wann starten Sie Ihren Höhenflug mit uns? Ich freue mich, Sie demnächst auch zu unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen und begrüssen Sie bei Weinhardt in Zürich-Hönk. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.